Hallo zusammen, mein Name ist Gerald und ich mache heute eine Fundamentalanalyse von Synopsis. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Money in the Box. Dieses Video dient nur der Unterhaltung, es stellt keine Anlageberatung dar und jeder von euch ist natürlich selbst dafür verantwortlich, ob er Aktien eines Unternehmens kaufen möchte oder nicht. Außerdem zur Offenlegung potenzieller Interessenskonflikte, ich bin aktuell nicht in das Unternehmen investiert. Am Anfang der Analyse schauen wir wie immer auf die Basisdaten und wir stellen uns die Frage, was macht Synopsis eigentlich? Synopsis ist ein US-amerikanisches Unternehmen und erfindet die Aktie unter der Wertpapierkennnummer 883703. Das Unternehmen beschäftigt rund 20.000 Mitarbeiter und es berichtet in einem abweichenden Geschäftsjahr von Oktober bis September. Und Synopsis ist natürlich weltweit tätig. Die Synopsis entwickelt Softwareprodukte zur Automatisierung des Elektronikdesigns. Klingt kompliziert, aber sie ist nichts anderes als Zulieferer und Dienstleister für die Halbleiterindustrie. Mit ihren Softwarelösungen vereinfacht sie den Entwurf und das Testen von integrierten Schaltungen. Außerdem bietet sie digitales und kundenspezifisches IC-Design sowie Verifizierungslösungen. Sowie die sogenannten FPGA-Designprodukte. Bei den Verifizierungen geht es um virtuelles Prototyping sowie statische und formale Verifizierungen. Dazu gehören dann auch die Themen Simulation und Emulation. Außerdem bietet die Synopsis IP-Lösungen für USB, PCI-Express und DDR, Ethernet, MiPi und HDMI sowie Bluetooth Low Energy Lösungen. Außerdem bietet das Unternehmen noch Sicherheitstests, sogenannte Managed Services, Programme, professionelle Dienstleistungen und natürlich Schulungen. Die Lösungen der Synopsis finden breite Anwendung. So zum Beispiel in den Branchen Elektronik, Finanzdienstleistungen, Automobil, Medizin, Energie und der Industrie. Im Jahr 2017 hat die Synopsis die Black Duck für 365 Millionen US-Dollar übernommen. In 2022 folgte dann die Whitehead Security für rund 330 Millionen US-Dollar. In 2023 hat man die Pike-Tech geschluckt. Und jetzt ganz frisch in 2024 hat man für die Ansys die Geldbörse ganz tief aufgemacht und 24 Milliarden US-Dollar auf den Tisch gelegt. Beim Blick auf den Wettbewerb finden wir die Synopsis nach Marktkapitalisierung auf Rang Nummer 5. Hinter der Intuit aber vor der Kadenz Design Systems. Nach den Umsätzen befindet sich Synopsis auf Platz Nummer 7. Hinter Roper Technologies aber vor Autodesk. Gut 26,2% der Anteilsscheine befinden sich in festen Händen, sodass es für uns Kleine diesmal eine richtig große Spielwiese von 73,8% der Aktien gibt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Unternehmenszahlen. Wir beginnen wie immer mit den Umsätzen, auf Englisch Revenue, denn das Geld muss ja erstmal reinkommen ins Unternehmen. Ich bereite hier die Zahlen der letzten 10 Jahre grafisch auf. Warum mache ich mir die Mühe? Naja, grafisch kann man vielleicht Tendenzen viel leichter erkennen. In der Grafik sehen wir es auf einen Blick. Die Synopsis ist ein Musterbeispiel für jährlich steigende Umsätze. Genau das wünschen wir uns als Anleger und im Geschäftsjahr 2023 hatte die Synopsis 5,8 Milliarden US-Dollar an Umsätzen. Das Geschäftsjahresende 2023 ist wegen des abweichenden Berichtszeitraums schon ein bisschen her. Deswegen schauen wir jetzt auf die TTM, die Trailing 12 Month. Das ist ein künstliches Geschäftsjahr, das sich rollierend aus den jeweils letzten vier Quartalsergebnissen zusammensetzt. Das ist zwar nicht ganz so gut wie ein komplettes Geschäftsjahr, aber es ist qualitativ immer noch das Beste, was man kriegen kann. Und auf TTM-Basis sehen wir Umsätze von 6,1 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, die Party geht weiter. Natürlich gefällt mir das. Wenn wir uns jetzt einen Eindruck vom Erfolg der operativen Kerntätigkeit verschaffen möchten, dann gehen wir am besten über den Gross Profit hin zur Gross Profit Margin. Und hier erleben wir eine sehr positive Überraschung, denn die Synopsis liefert auf TTM-Basis eine Gross Profit Margin in Höhe von 80,6%. Ausrufezeichen. Und das ist nicht nur ein Top-Ergebnis, sondern es ist dem Unternehmen auch gelungen, im 10-Jahres-Zeitraum immer circa um 80% zu liegen. Das Unternehmen entwickelt ja Anwendungssoftware. Das ist personalintensiv. Da ist eigentlich mit einem relativ hohen Overhead zu rechnen. Schauen wir doch mal auf die Entwicklung der Verwaltungskostenquote der SG&A-Ratio. Und erwartungsgemäß ist die SG&A-Ratio mit 22,7% auf TTM-Basis relativ hoch. Allerdings, und das sehen wir in der Grafik sehr deutlich, haben wir langfristig und mittelfristig eine deutlich sinkende Tendenz. Natürlich gefällt mir das. Und der kleine Aufwärtsschritt auf TTM-Basis bereitet mir keine Kopfschmerzen. Wirkt sich der Overhead auch unter dem Strich aus, schauen wir dazu auf die Entwicklung von Net Income bzw. dem Nachsteuergewinn. Und wir sehen es in der Grafik, da geht es richtig schön nach oben auf 1,4 Milliarden US-Dollar auf TTM-Basis. Dass die Gewinne bei steigenden Umsätzen ebenfalls steigen, ist nicht selbstverständlich, aber nicht unerwartet. Ist das Unternehmen wirklich so erfolgreich, das sehen wir nur relativ. Deswegen teilen wir jetzt Gewinn durch Umsatz und damit landen wir bei Return on Sales bzw. der Netto-Umsatzrendite. Und jetzt macht das Ganze noch mehr Spaß, denn wir sehen eine Netto-Umsatzrendite aktuell bei 22,8%. Steigende Margen bei steigenden Umsätzen, das bedeutet Skalierung, das ist sehr selten. Und natürlich gefällt mir das. Das Geschäft läuft schon mal super, jetzt setzen wir aber mal die Anlegerbrille auf mit Return on Equity bzw. der Eigenkapitalrendite. Und auch hier geht es aufwärts auf 20,8%. Ausrufezeichen. Damit sind wir locker zweistellig eine feine Sache. Und als nächstes schauen wir auf die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals, des sogenannten ROCKE. Da liegen wir aktuell bei 17,8%. Die Profis unter euch wissen, es ist natürlich wichtiger als diese Zahl, ist die Tendenz. Und auch wenn es hier auf TTM-Basis ein bisschen runter zu gehen scheint, sehen wir in der Grafik ganz klar, mittel- und langfristig ist die Tendenz definitiv in Ordnung. Großer Haken dran. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht ein bisschen unruhig. Es gilt oft der Spruch, wenn etwas zu gut aussieht, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Deswegen klopfen wir jetzt mal die Risiken ab. Und die größten Risiken für Unternehmen sind immer finanzieller Natur. Deswegen öffnen wir die Bilanz und schauen auf Eigenkapital und Fremdkapital. Aber auch die Kapitalausstattung gefällt mir, denn auf TTM-Basis sehen wir ein Eigenkapital in Höhe von 6,7 Milliarden US-Dollar und ein Fremdkapital in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar. Also deutlich mehr Eigen als Fremdkapital. Hier scheint genug Haftungsmasse zur Verfügung zu stehen. Aber eines macht mir schon noch Kopfzerbrechen, denn Softwareunternehmen und auch am Übernahmemarkt tätig. Wie schaut's denn da mit Other Intangibles und Goodwill aus? Wenn ihr das jetzt noch nie gehört habt, seid ihr wahrscheinlich das erste Mal auf meinem Kanal. Herzlich willkommen und natürlich erkläre ich das noch einmal. Denn beide Positionen finden wir tatsächlich bei der Synopsis in der Bilanz. Other Intangibles sind Patente, Rechte und Lizenzen, in einem Wort immaterielle Wirtschaftsgüter. Die Herausforderung bei dieser Position liegt im Wertansatz. Der eine oder andere wird sich jetzt denken, das ist doch kein Problem, weil wenn ich eine Lizenz nutzen darf, dann muss ich dafür eine Gebühr bezahlen und wie hoch die ist, das weiß ich doch. Ist doch ganz einfach. Richtig, das ist es auch, das ist aber der Ertragswert. Und der Ertragswert gehört in die Gewinn- und Verlustrechnung und nicht in die Bilanz. Und deswegen durften früher Other Intangibles gar nicht in die Bilanz aufgenommen werden. Methodisch ist das richtig. Bei der zweiten Position, die wir uns hier anschauen, dem Goodwill, ist die Situation eine vollkommen andere. Der Goodwill entsteht nämlich immer dann, wenn man andere Unternehmen übernimmt und für die Assets in der übernommenen Bilanz mehr bezahlt, als der Wert in der Bilanz ausgewiesen ist. Es ist also der Aufpreis auf Deutsch, der Betrag, den man zu viel gezahlt hat. Und wenn man mehr bezahlt als etwas wert ist, dann ist das logischerweise kein Vermögenswert. In die Aktivseite der Bilanz dürfen aber nur Vermögenswerte aufgenommen werden. Und deswegen durfte der Goodwill früher ebenfalls nicht in die Bilanz aufgenommen werden. Für den Anlegerschutz war das super. Stichwort strenges Niederstärkprinzip. Das bedeutet nämlich, dass man sich viel ärmer rechnet, als man tatsächlich ist. Und das ist der größtmögliche Gläubiger- und Anlegerschutz. Für Unternehmenslenker und, sagen wir mal im Großen und Ganzen, Banker ist das aber nicht so toll. Warum ist das so? Naja, dann wird das Rad, das man drehen kann, einfach viel kleiner und man kann viel weniger verdienen. Ich behaupte übrigens nicht, dass man bei Unternehmensübernahmen nur den Wert bezahlen darf, der in der Bilanz ausgewiesen ist. Ich finde aber, die alten Regeln hatten schon einen Charme. Damals musste man nämlich den Goodwill einfach abschreiben, auf Deutsch aus dem Eigenkapital bestreiten. Und damit konnten sich Unternehmensübernahmen nur noch finanziell richtig gesunde Gesellschaften leisten. Und übrigens noch eine Folge, an die viele nicht denken. Wenn man nämlich nicht mehr so leicht andere Unternehmen übernehmen kann, dann muss man sich selber um Forschung und Entwicklung kümmern und kann nicht einfach irgendeine kleine Butze aufkaufen. Lange Rede, kurzer Sinn, was die Synopsis hier macht, nämlich other intangibles und Goodwill in die Bilanz aufzunehmen, ist herrschende Meinung und absolut in Ordnung. Hier geht es aber nicht um ein theoretisches Konstrukt über Bilanzierungsmethoden, sondern wir sind potenzielle Anleger. Deswegen bin ich mal vorsichtig und schmeiße other intangibles und Goodwill aus Bilanz und Eigenkapital raus. Und damit landen wir beim Substanzwert, den wir hier links oben sehen. Und auf TTM-Basis hat die Synopsis einen Substanzwert in Höhe von 2,2 Milliarden US-Dollar. Und das muss man dazu sagen, positiv. Und nochmal zur Erklärung, wäre das jetzt eine Bilanz nach strengem Niederswertprinzip im guten alten HGB, dann wäre das der Wert, der als Eigenkapital ausgewiesen werden würde. Jetzt schauen wir uns mal die Auswirkungen auf die Quoten an. Also herrschende Meinung ist die Eigenkapitalquote, da liegen wir bei 63,5 Prozent Ausrufezeichen. Folgen wir der deutlich strengeren Substanzwerttheorie, dann haben wir eine Substanzwertquote von 36,3 Prozent. Ebenfalls Ausrufezeichen. Und wie heißt es in Franken so schön, die Eigenkapitalquote ist ein Träumchen? Also deutlich jenseits der 50 Prozent. Die Substanzwertquote könnte, finde ich, einen Ticken höher sein, aber mit 36,3 Prozent Substanzwertquote muss man auch zufrieden sein. Also bei der Kapitalausstattung machen wir einen Haken dran. Und jetzt schauen wir mal auf die Liquidität mit der Current Ratio. Wenn die Current Ratio mal kleiner 1 ist, dann ist Alarm angesagt. Richtig entspannt ist man eigentlich erst ab 1,5 aufwärts. Die Synopsis befindet sich hier, sagen wir mal, eher im etwas unangenehmen Niemandsland. Die 1,3 sind nicht wirklich ein gutes Ruhekissen, aber auch keine super Alarmstimmung. Also ich sag mal, irgendwo so im Bereich Dunkelgelb bis Hellorange. Als nächstes schauen wir jetzt auf die Zukunftsfähigkeit mit der Investment Rate. Der Anteil des CapEx am Gewinn sollte irgendwo zwischen 0 und 25 Prozent liegen. Die Synopsis liegt hier mit 13 Prozent richtig schön im Mittelfeld. Das gefällt mir. Dann machen wir mal weiter mit der wahrscheinlich wichtigsten Einzelkennzahl überhaupt, nämlich dem Free Cash Flow. Free Cash Flow, das bedeutet vereinfachte Berechnungsmethode, also operativer Cash Flow minus CapEx. Und warum ist der überhaupt so wichtig? Naja, das ist ein Instrument der Innenfinanzierung. Das bedeutet, er stellt dem Unternehmen Zahlungsströme zur Verfügung und reduziert damit den externen Kreditbedarf. Außerdem ist er die Basis für die Bedienung der Dividende, wenn denn eine gezahlt wird. Und schließlich, nachdem er durch, in Anführungszeichen, Bilanzkosmetik des Unternehmens nur sehr schwer beeinflusst werden kann, hat er so eine Art Wahrheitsfunktion. Er zeigt uns also, was Sache ist im Unternehmen. Und auf TTM-Basis sehen wir einen Free Cash Flow von 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber, und hier haben wir ein bisschen Wasser im Wein, denn der Peak 2022 konnte nicht mehr erreicht werden. Und hier haben wir eine leicht abwärts gerichtete Tendenz. Und schließlich, wer Schulden hat, der sollte in der Lage sein, den Kapitaldienst zu leisten. Deswegen schauen wir jetzt mal auf die Interest Coverage, die Zinstragfähigkeit. Aber ganz ehrlich, nachdem das Multiple hier dreistellig ist, brauchen wir uns nicht lange aufzuhalten. Wir machen einfach einen dicken grünen Haken dran. Und dann machen wir weiter mit der Preis-Wert-Relation des Unternehmens. Aktuell müssen wir an der Börse für die Aktie der Synopsis 549 US-Dollar und 61 Cent bezahlen. In der Grafik sehen wir den 10-Jahres-Chart. Und in diesem Zeitraum hätte das einen durchschnittlichen jährlichen Anlageerfolg von 30,6 Prozent bedeutet. Ausrufezeichen. Und wenn wir den Anlagezeitraum auf ein Jahr verkürzen, dann haben wir sogar ein Kursplus von 48,5 Prozent. Ausrufezeichen. Da müssen doch die Preise durch die Decke gehen. Deswegen schauen wir mal auf die Multiples bzw. Multiplikatoren. Wir starten mit dem Verhältnis zwischen den Kursen und den Free Cash Flows, dem KCV. Und genau das geht durch die Decke und liegt aktuell bei 63,9. Und das ist auch mit Abstand der höchste Wert in der 10-Jahres-Betrachtung. Beim Enterprise Value im Verhältnis zum EBDA kommt jetzt die Verschuldung mit ins Spiel. Aktuell hat die Synopsis mit einem Multiple von 55,6 mit Abstand den höchsten Wert in der 10-Jahres-Betrachtung. Und ganz nebenbei ist das Multiple fast doppelt so hoch wie der Branchenbenchmark von 28,5. Viele Anleger interessieren sich für die Entwicklung des Buchwertes pro Anteilsschein, BPS. Hier wünschen wir uns jährliche Zunahmen, am besten mit mehr als 10 Prozent. Die jährlichen Steigerungen schafft die Synopsis locker. Mit dem 10 Prozent klappt es nur manchmal. Trotzdem kann das Unternehmen aktuell einen Buchwert pro Anteilsschein von 43 US-Dollar und 73 Cent vorweisen. Und als potenzielle Anleger kleben wir das Preisschild dran und für den US-Dollar-Buchwert müssen wir an der Börse 12 US-Dollar und 57 Cent bezahlen. Und für den US-Dollar-Substanzwert müssen wir an der Börse sogar 38 US-Dollar und 84 Cent bezahlen. Die beiden letzten Kennzahlen dienten allerdings nur der Vollständigkeit, denn die Synopsis ist vieles. Aber ein Graham'scher Zigarrenstummel ist sie definitiv nicht. Viele Anleger interessieren sich auch für die Entwicklung der Gewinne pro Anteilsschein, EPS. Auch hier sieht man am liebsten jährliche Steigerungen und am allerliebsten mit Steigerungsraten von größer als 10 Prozent. Die Grafik zeigt uns auch hier, es sieht gut, aber nicht perfekt aus. Trotzdem kann die Aktie aktuell mit Gewinnen pro Anteilsschein von 9 US-Dollar und 6 Cent auf TTM-Basis aufwarten. Und jetzt können wir den Turbo einschalten, denn keine Dividende, keine Payout-Ratio. Viel interessanter wird jetzt das Thema werden, wie es um die Bewertung steht. 83 Prozent der Analysten empfehlen die Synopsis zum Kauf. 12 Prozent wollen abwarten und für 5 Prozent der Analysten ist die Synopsis ein Verkauf. Die Kursziele der Analysten liegen zwischen 480 US-Dollar und rund 632 US-Dollar pro Anteilsschein. Und die Rating-Agentur Standard & Poor's vergibt das Traum-Kredit-Rating von AAA. Besser geht's nicht. Die Cash-Conversion-Rate, also die Fähigkeit des Unternehmens, Gewinne in Free-Cash-Flows zu verwandeln, liegt nur bei 0,9. Und damit nicht in dem Bereich, wo es Spaß macht. Bei der Free-Cash-Flow-Rate geht es um die Fähigkeit des Unternehmens aus Umsätzen, Free-Cash-Flows zu erzeugen. Mit 21,4 Prozent auf TTM-Basis kann die Synopsis zwar einen sehr guten Wert vorliegen, aber der ist seit dem Peak in 2021 permanent im Sinkflug. Als nächstes schauen wir jetzt mal auf die Margin of Safety, die sogenannte Sicherheitsmarsche. Für die Abschätzung der Margin of Safety benutze ich ja immer die Ergebnisse der bisherigen Analyse. Und wenn ich ehrlich bin, richtig große Meckerpunkte gibt es nicht. Die paar Kleinigkeiten summieren sich auf auf insgesamt 10 Prozent und das ist ein deutlich unterdurchschnittlicher Wert. Für die Abschätzung des inneren Wertes der Aktie benutze ich jetzt ein Discounted Cashflow-Verfahren, aber ihr kennt das in einer besonderen Ausprägung. Ich mache nämlich eine vierzügige Szenario-Rechnung und wenn hier die Vorgehensweise interessiert, dafür habe ich ein sehr ausführliches Video gemacht, in dem ihr auch einen Excel-Rechner nachbauen könnt. Das Video habe ich euch verlinkt. In der Grafik sehen wir links den aktuellen Kurswert der Synopsis und rechts daneben die Abschätzung des inneren Wertes über die vierzügige Szenario-Rechnung. Und das können wir kurz machen. Ich sage mal, an der Börse wird aktuell viel mehr gezahlt, als meine Abschätzung der inneren Werte der Synopsis hergibt. Put it in a nutshell, da besteht Rückschlagspotenzial. Das Discounted Cashflow-Verfahren ist deshalb so beliebt, weil es zukunftsgerichtet ist, aber dafür braucht man Abschätzungen und ja, die sind mit Unsicherheit behaftet. Ganz ohne Abschätzungen kommt die 3-5-10-Analyse aus, allerdings ist die komplett vergangenheitsorientiert. Jedenfalls gehen wir davon aus, dass wir nach einer Anlagedauer von 3, 5 oder 10 Jahren die Aktie wieder verkauft hätten. Natürlich unter Berücksichtigung potenzieller Dividendenzahlungen. Bei der Synopsis hätten wir durchschnittliche jährliche Anlageerfolge zwischen 22,4% und 32,0% erzielen können. Das ist doch mal eine Hausnummer. Und dann gibt es noch ein sehr modernes Instrumentarium zur Unternehmensbewertung, nämlich der Economic Value Addit, kurz EVA. Dabei vergleicht man die Rendite auf das investierte Kapital mit den Kapitalkosten und schaut, ob man Überrenditen erzielen kann. Die Synopsis kann das und liefert mit 12,54% ein wirklich gutes Ergebnis. Pi mal Daumen mäßig kann man sich merken, positiv ist gut, zweistellig ist super. Mein finales Anlageurteil bilde ich mir jetzt wie immer im Rahmen der SWOT-Analyse. Auf der Stärkenseite haben wir natürlich steigende Umsätze und Top-Margen. Außerdem ist die Synopsis ein skalierendes Unternehmen. Das muss man erstmal bringen. Eine Top-Eigenkapitalquote, BPS, EPS, Free Cashflow Rate, Rating, hallo AAA-Rating, alles super. Steht die Sonne tief, wirft ein Zwerg auch lange Schatten. Das hat Maffei mal gesungen. Hier müsste man sagen, steht die Sonne hoch, wirft ein Riese nur einen kleinen Schatten. Die Synopsis hat eine Current Ratio kleiner 1,5. Okay, 1,3 ist jetzt nicht so wahnsinnig tief, aber im Sicherheitsbereich ist es nicht unbedingt. Außerdem sinken die Free Cashflows. Und dann, ich gebe es zu, etwas an den Haaren herbeigezogen, aber das Unternehmen bezahlt halt mal keine Dividende. Auf der Chancenseite muss man sagen, der Sektor Electronic Design Automation hat's in sich. Vielseitig einsetzbar, großer Nutzen für die Kunden, natürlich wächst da das Unternehmen wie wahnsinnig. Außerdem bietet das Unternehmen nicht nur Software, sondern fertige Halbleiterprodukte, die man als Bausteine in größere Chip-Designs einsetzen kann. Und bewertungstechnisch sind sowohl die 315-Analyse als auch der Economic Value-Added über alle Zweifel erhaben. An unsere Standardrisiken, Inflation, Rezession, Supply Chain und das Zinsumfeld haben wir uns ja schon gewöhnt. Trotzdem gibt es bei der Synopsis zusätzliche Risiken. Der Halbleiterzyklus heißt nicht umsonst so, denn er ist tatsächlich stark zyklisch. Damit zusammenhängt das Thema Klumpenrisiko in der Kundenstruktur. Die Kunden sind groß und sie sind zahlungskräftig, aber wenn da mal einer verloren geht, dann tut das schon richtig weh. Im Hochtechnologie-Bereich ist der IP-Schutz immer ein großes Thema. Wenn das Know-how mal weg ist, dann ist es weg. 5 Euro ins Frasenschwein. Und der Top-Technologie-Bereich ist immer schon besonders anfällig gewesen für globale Handelsspannungen. Ich sage nur USA, China, Taiwan. Und damit schauen wir uns jetzt wieder mal die Eignung des Unternehmens für die verschiedenen Anlegertypen an. Erstens Momentum-Anleger. Hier geht es um Umsatzwachstum und die Kurssteigerungen aus der 315-Analyse. Klares Urteil, aber hallo Momentums-Anleger müssen diese Aktie haben. Zweites Thema Growth Investment. Hier kommt zusätzlich noch das EPS-Wachstum dazu. Aber hallo zwei, auch hier ein ganz klares Ja. Beim Quality Investor geht es um den Economic Value Added und die Free Cash Flow Rate. Ich sage mal, das Ja ist gebongt, aber mit kleinen Einschränkungen, denn die Free Cash Flow Rate ist rückläufig. Beim Value Investor kommt noch die niedrige Bewertung dazu. Und auch hier ist das Urteil eindeutig, da kommt die Synopsis gar nicht in die Tüte. Und auch für die Dividendenanleger ist der Fall glasklar, Synopsis bezahlt keine Dividende. Dann kommt es auch nicht ins Depot. Im Fazit, gibt es einen Anlegertyp, für den die Synopsis in Frage kommt? Ganz klar, dann haben wir ein Ja. Und wie steht ihr zur Synopsis? Schreibt mir es in die Kommentare. Das war meine Analyse auf meinem Kanal Money in the Box. Und an dieser Stelle meine Bitte an Dich um Unterstützung meines Kanals. Wenn es Dir gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Am besten abonnierst Du gleich den Kanal, dann versandst Du nichts. Ich freue mich natürlich schon aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Tschüss, Euer Gerald von Money in the Box.